Yo Leute, bevor das Video anfängt, wollte ich jedem von euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Es würde mich mega freuen, wenn ihr jetzt alle einen Like auf das Video da lässt. Auf Twitch bin ich momentan mega aktiv, also wenn ihr wollt, könnt ihr mir dort gerne folgen. Erster Link in der Videobeschreibung. Twitch-Name Kalle-Mois wäre mega korrekt, wenn ihr mir da folgen könntet. Und dann würde ich sagen, let's go mit dem Video. Hallo, ist hier wer deutsch? Hallo man, was up? Ja, ich bin deutsch. Wer ist deutsch? Nitsch Kaisem. Nitsch, 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 wie heißt du Junge? Nitsch, Kai, Kai? Ja. Wo wollen wir hin? Lass mal hier, Lonnie Lottke. Ja, warum das so tiltet? Nein man, das ist voll gefährlich, hast du einen Knallalter. Ja, warum? Junge, geh da jetzt hin, Alter, mach keinen Faxen. Nee, Alter. Junge, geh da jetzt hin, Mann. Na ja, Mann. Digga, warum provozierst du's? Lach ich? Was ist so witzig? Junge, weil du gleich wieder sterben wirst, deswegen lachst du oder was? Ja. Ja, witzig. Danke, Fortnite, dass ich wieder so scheiß Lappen in meinem Team hab. Die nix können einfach, gar nix. Danke, Fortnite. Was, hey, Junge, was, Junge, was? Wie viel Willz hast du? Wie viel Willz ich hab? Willz. Willz, wie Willz Smith oder was? Ja, kannst du das auf Hauptschule, Willz? Auf Hauptschule? Ja. Nö, Junge, urteil nicht über Leute, die du nicht kennst, du, du 9x9-Klugscheißer. Komm, Junge, lass 1 vs. 1 machen, Alter, dann werde ich dir mal zeigen, wer hier wen bumst. Ich hab'n braun, ich hab'n gesessenes Spiel. Was hast du? 300-Verping. Ja, das sind dann immer die Ausreden, ne, von schlechten Spielern. Nö, mein Ping. Nö, meine Mama macht gleich Essen, ich kann jetzt nicht. Ah, du stirbst, guck mal. Kann nicht jeder so ein Noob sein wie du, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Wie viel Willz hast du, sag mal. Was, Junge, von was redest du? Ich hab' keine Ahnung, was du sagst. Willz, Willz, Junge. Willz. Ah, man gibt so Opfer, ne? Ey, Mann, Junge. Ey, jetzt, Klaus, du nicht mehr gut. Junge, was bist du für ein gemeiner Blödi an, Alter, Mann, Junge. Mann, ich werd's sagen, Alter. Junge, ich ruf jetzt beim Supporter gleich, Alter, ehrlich, ich ruf gleich beim Supporter. Was, Junge? Denkst du, ich mach' das nicht? Mach' ich hab' mir dagegen. Ja, mach' mir Band, ne? Und dann ist das gescheit, groß. Ich hab' eben erst einen angerufen beim Support, Junge, beim Epic Games Support. Achso, ja, klar. Die müssen nur drangehen, aber... Die denken sich wahrscheinlich auch so, die haben keinen Bock auf dich. Hallo, ist da der Epic Games Spieler Support? Ja. Hier ist einer meiner Lobby. Hier ist einer meiner Lobby, der heißt NitschKaisen. Der glaubt nicht, dass ich hier einen Epic Games Support anrufe. Ja, dann soll er mal seine zwei Sackhaken. Könnten Sie den mal bitte bannen oder sowas? Ja, kann ich machen. Warten Sie einen Moment. Okay, danke. Das ist sehr reizend von Ihnen. Wegen Hacking oder was? Ja, weil er hackt und er mobbt andere Spieler im Internet. Ähm, ja, gebannt. Es sollte, nach circa zwei Minuten sollte er, äh, nicht mehr Zugriff auf sein Epic Games Konto haben. Ach, vielen Dank, vielen Dank. Ein Glück, dass man den Epic Games Support hat. Guck mal, der baut mich hier auch als einen und so Sachen. Der muss jetzt echt mal langsam weg hier vom Fenster. Ach, heidernei. So ein Trottel, so ein Trottel. Mit seinem Lebkuchen-Arsch da. Was? Er hat sogar den Lebkuchen-Skinn gehackt. Ja, er hat den auch gehackt. Achso, okay, ja, dann 30 Tage. Ja. 30 Tage. Dann, äh, 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 30 Tage. 30 Tage. Dann, danke schön, ne? Tschüss. Tschüssi. Bist du schlecht, nur? Ja, was, Junge? Ich hab jetzt mal eben den, äh, Support angerufen. In zwei Minuten bist du weg, Junge. Genieß deinen letzten Moment hier in Fortnite, Alter. Leute, wie dich braucht das Spiel einfach nicht, weißt du? Soll ich jetzt schon mal Tschüss sagen oder gleich erst noch? Gleich erst. Wer sagt das? Nitsch-Kaisem, Alter. Wer sollst du sein? Ein random bist du, ne? Keiner kennt dich. Und dich, und dich? Ja, Junge, mich kennen so viele Leute, Alter, das glaubst du gar nicht, Mann. Wie viele denn drei? Nö, über 80.000, du Lappen, Alter. Ah ja, warum? Ja, Junge, ich bin YouTuber. Zeig. Nö, zeig ich nicht. Alter bist du nicht. Ja, doch. Dann nö. Weißt du was, ich lade dich auf YouTube hoch, weil du bist gemeiner Spieler. Ja. Du was? Soll ich machen? Willst du es drauf anlegen oder was? Ja, komm, du zerfetzt mich. Ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich, das wäre dann abgehend. Ja, Junge, wie lange soll ich darauf warten, bis Weihnachten oder was? Ähm, 50 Minuten. Junge, denkst du, ich hab sonst nix zu tun oder was? Also, trau dich nicht, also für eine Pussy, Alter. Ja, wie viel Winz hast du jetzt gesagt? Ja, was, Winz, Junge, Winz, Alter, Junge, Winz. Ich hab'n Kumpel, der ist Vincent, aber den nenn' ich auch nur Win, weil dann spare ich über jeden Mal seinen Namen sagen, also Vincent, spare ich mir jedes Mal einen Cent, verstehst du, wie ich mein? Wie viel hat es schon gewonnen? Weiß nicht, ich glaub'n, noch keinen. Ich hab', glaub' ich mal einen, mit nem Kumpel zusammen gemacht. Der ist auch YouTuber sogar. Ach so, okay. Der heißt Tonverändert oder so, glaub' ich. kennst du den ja das ist mein kumpel mit dem mache ich manchmal so fortnight winzern so ein scheiß ja das liegt an dir weil du bist nämlich schlecht in fortnight 500 und ich habe eine melone junge er kommt mal kurz zu mir ohne töten jetzt ehrlich nehmen spitzhacke in die hand kommen her ich habe spitzhacke auch in der hand hey hallo junge was los mit dir ich höre ich mein kumpelton verändert und dann wirst du sehen jetzt reicht's ich hole jetzt mein kumpel verändert okay der kommt gleich online wo immer die hälfte studen älter als du auf jeden fall ja bist du denn er hältst du auf jeden fall junge älter als du auf jeden fall kann ich nur zu sagen okay ich bin zwölfeinhalb bald 14 ja so junge ich send dir jetzt sogar eine freundesanfrage dann muss damit für dich keine umstände macht und schritt ins mikro ja wo jetzt du willst echt dass ich den jetzt holen oder was ja okay warte junge dann rufe ich den jetzt an okay hallo ist da der ton verändert ja hier ton verändert kannst du bitte kurz online kommen weil hier da muss jemand bewiesen werden dass ich mit dir schon mal ein sieg geholt habe das kann es jetzt nicht machen was mein rekord 75 ein halb ach so ja ja so wie mir auch keiner glaubt dass ich mit ton verändert schon sieg geholt habe oder ich schwöre beim heiligen gurken was von das gurken was das du bist jetzt nicht gestorben jungen du nein und ich dachte wirst gut ich dachte echt ich hätte man guten spiele erwischt der junge man beleidige mich nicht okay so eine profine was denn ich hab dich nicht angeschossen da mit kaisen junge alles fit bei dir im schritt oder wie schaut's aus hallo hallo ach wer ist denn da jetzt ist er na nitsch kaisen junge ja ist er nicht oder was digga dann geh auf meinen youtube kanal geh aufs neueste video sag heftig arschlecken und guck auf den scheißen namen tag nametag fertig ey nitsch kaisen willst du mal ne runde zocken ja komm aber 1 gegen 1 oder ja ja spiel wie es 1 gegen 1 komm auch schlecken ich gebe wie Pelle und ziehe in luke Schnee ich solle meine ich noch darf mir fahren am G früher war sweet heute ist es nur Schnee digga ich scheiß auf deinen bmw aber ähm mega so was habe ich nicht gemacht nicht richtig gespielt ja doch doch ich bin so scheiße vom weh werde ich jetzt hier eilerfündchen junge die kreis scheiß auf deinen bmw danke bbw der und ziehe in noch mehr schnee skru skru guck mal wer da ist oh 8er hit hau rein digga ich scheiß auf deinen jetzt seh das ach jetzt ist mein loot da runter gefallen maaach och menno tschuld doch mal du omegainax omegainax du bist der größte lappen geil alter Geil, der ist so ein bisschen Junge klaut du nicht mein Lu... Alter, Omega Cloud Loot Omega Cloud Loot Hey gar nicht Junge, stimmt nicht Sowas mach ich nicht Junge, ich hab's doch gesehen, du Spaß Halt's Maul, du hast komplett alles bei mir geklaut Arschlecken Junge Jetzt halt mal dein Maul Ich würd mit dir komplett quitten Weil man dich einfach bei deinem Scheiß Headset Die alle doppelt hört, Alter Hey, der macht komplett auf Arschlecken Ich hab keinen Bock auf euch, ihr seid alle scheiße So, ihr Omega-I-Naks, Alter Halt's Maul, blödmann Ja okay, kann ich jetzt eigentlich Theoretisch machen, aber weißt du was Ne Hast du schon wieder zu viel Coca Cola getrunken, hm? Wenn ihr das Video bisher geschaut habt und die Loker Aktiviert habt, dann schreibt jetzt einfach mal Hashtag, Schlacke Kamele, falls ihr möchtet Dass Schlacke Kamele im nächsten Video dabei ist Ein Dankeschön geht nach Anton Feiner draus, dass er diesem Video mal wieder mitgewirkt hat Zweiter Link unten in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne auf Seinen Kanal kommen und euch ein paar Videos von ihm rein Pfeffern Junge und dann würde ich sagen 4000 likes das neue video kommt so Junge